ein herzliches willkommen wir sind bei freitag dem 10 november 2023 sonne mars im skorpion merkur ab heute im schützen so da haben wir dann in der kommunikation lockere flockige unterhaltung nicht mehr so tiefgründig dafür sind sonne und mars noch im skorpion hinterfragen die dinge sind vielleicht auch misstrauisch und pessimistisch wir haben den mond in der waage wirkt wieder ausgleichend und harmonisierend wir haben auch heute pluto weiterhin im steinbock macht und ohnmacht dem wir haben saturn in den fischen und der steht gleich im quadrat zum neuen merkur im schützen da ist es so dass man da eben ja zweifel hat misstrauen hat ist eigentlich die skorpionische energie die vielleicht da auch dinge in frage stellt die vielleicht so locker flockig dahergesagt werden also bisschen vorsichtig auftreten wir haben ja auch mit dem neptun in den fischen eine sensitive energie also man sollte da ein bisschen vorsichtig sein was man sagt wie man sagt und wieso die stimmung ist man kann rückbezüglich mit jupiter und uranus auch mal schauen wie die dinge im vorfeld mal waren ähnliche ereignisse oder so kann man zu rate ziehen und dann sollte man seine erfahrung nutzen ich denke mal dass eben hier viel auch ja das quadrat zwischen merkur und saturn ist dass man vielleicht nicht die richtigen worte findet dann sollte man diplomatisch vorgehen schauen wir uns das jetzt einfach mal an wie das in den karten so aussieht ein herzliches willkommen mein lieber wieder wir sind bei freitag 10 november 2023 die sonne und der mars befinden sich weiter im skorpion der merkur ist auch heute im schützen schön für dich in der kommunikation allerdings steht er im quadrat zu saturn in den fischen und das ist natürlich auch eine schwierige energie da aber dazu kommen wir später noch wir haben den mond am heutigen freitag in der waage auch das ist sehr zuvorkommend sehr nett sehr harmonisch und verstärkt die kommunikation was auch gut ist dazu haben wir weiterhin rückläufig jupiter uranus im stier wir haben dann den pluto im steinbock die venus in der waage was natürlich auch hervorragend ist in beziehung zwischen menschlich aber auch privat natürlich es ist ein bisschen schwieriger entscheidungen zu treffen das muss man einfach sagen mit der waage energie so kommen wir zu den anderen aspekten wir haben wie gesagt merkur quadrat saturn das ist eine energie die so ja ich sag mal die dinge in zweifel setzt die so ein bisschen ja man sollte nicht unüberlegt handeln denn wir haben auch bis sonntag auch noch eine energie wo mars und uranus sich nicht vertragen und dafür sorgen dass man zwar aktiv und schnell auf dinge reagiert aber sehr unbedacht sehr unüberlegt vielleicht trägt ja neptun in den fischen dazu bei muss aber nicht aber mars ist im skorpion und uranus im stier rückläufig man sollte mit entscheidungen in diesen tagen vorsichtig sein schauen sie jetzt an was wir für den widder allgemein haben da ist der ehrgeiz sonne und mars im skorpion der mond in der waage bringt natürlich auch viel charme mit sich wir haben pluto im steinbock wir haben den mond da sind ein paar ungünstige gefühle die unsicherheiten bringen können wahrscheinlich eben durch diese energie zwischen merkur und dem saturn in den fischen da sollte man ganz cool bleiben sechs der schwerter über die dinge sprechen aber nicht zu hastig entscheiden ja also es geht darum nicht direkt einem impuls zu folgen du bist ja auch ein feuerzeichen und du bist sehr impulsiv ja also du folgst schnell irgendwelchen impuls sei da bitte vorsichtig das ast der kech ist liebevolle schöne energie auch mit der waage natürlich aber wie gesagt versuche bis sonntag besonnen zu sein was entscheidungen betrifft oder wenn irgendwas überraschendes ist nicht sofort zu reagieren es könnte die falsche entscheidung sein das betrifft nicht nur dich betrifft auch alle anderen aber ich denke mal du als feuerzeichen bist da eben auch sehr selbstbewusst und auch sehr stark hingegen trotzdem ist es besser einen moment inne zu halten wenn du hier ein flaues gefühl hast in irgendeiner richtung solltest du auf jeden fall langsamer machen auch der ehrgeiz soll dich nicht nach vorne treiben sondern du musst den im griff haben und dafür bist du stark genug ich wünsche dir einen schönen freitag wir sehen uns wenn du magst zur wochenentlegung morgen wieder herzliches willkommen mein lieber stier wir sind bei freitag 10 november 20 23 sonne und mars sind weiterhin im skorpion der merkur ist ab heute im schützen kommunikativ auch optimistisch konnte man sagen trotzdem haben wir natürlich sonne und mars noch im skorpion der mond ist in der waage wirkt ausgleichend harmonisierend auch die venus natürlich aber man ist ein bisschen wenig entschlussfreudig und da sollte man in finanzen momentan möglichst keine entscheidung treffen also keine weitreichenden entscheidungen wir haben dann jupiter uranus im eigenen zeichen der rückblick welche dinge sich bewährt haben vielleicht auch was man lieber sein lassen sollte wir haben als unterstützung den pluto im steinbock und natürlich auch den neptun und den saturn in den fischen sensitivität einfühlungsvermögen und natürlich auf sich selber achten der neptun steht in quadrat zu merkur im schützen ja und das ist eine sehr sagen wir mal schwierige energie man ist sich nicht sicher wenn man ist verunsichert man zweifelt man sollte da aber nicht weiter darüber nachdenken man sollte das nicht verfolgen hinzu kommt noch ein quadrat zwischen dem mars und dem uranus mars im skorpion uranus in deinem zeichen man kann sehr schnell agil handeln aber man könnte die falsche entscheidung treffen weil man nicht überlegt hat also wenn du in so eine situation kommst bleibe bitte ein bisschen zurückhaltend und er bittet ihr bedenkzeit je nachdem um was es geht keine schnellschüsse bitte bis sonntag ja wir haben für den stil ansonsten beziehungen ja vage venus vielleicht gute kommunikation wir haben auch die fünf der stäbe wettbewerb und wir haben die disziplin so das kann natürlich bedeuten dass zum beispiel in beziehungen es auch im job zum beispiel um wettbewerb geht wer macht die bessere arbeit wer schafft mehr davon würde ich absehen ja aber vielleicht ärgerst du dich ja auch über ein kollegen denn wir haben die fünf der schwerter es geht vielleicht um arbeitsmoral wenn ich das so sehe mit der disziplin und fünf der schwerter und dem wettbewerb vielleicht machst du zu viel für jemanden mit oder irgendwas in der richtung nervosität kann es auch sein aber wenn ich die disziplin sehe dann sehe ich doch eher dass das ein streitpunkt ist in irgendeiner form vielleicht gibt es auch jemanden der etwas in zweifel stellt entweder du oder dein gegenüber ich würde auf jeden fall gut überlegen was ich sage wann ich etwas sage und vielleicht würde ich versuchen jetzt bis nächste woche nicht zu hastig darauf zu reagieren einfach weil die energien gerade ein bisschen schräg sind und weil man dann vielleicht auch wenn man was gesagt hat das nicht wieder zurücknehmen kann also seite einfach vorsichtig es könnte zwietracht sehen in einer beziehung das muss keine liebesbeziehung sein es kann jedwede beziehung sein aber man ist irgendwie ja man legt ein groll oder ist irgendwie sauer wegen etwas was nicht getan wurde aber vielleicht hat das einen grund also warte lieber ab und vielleicht findet sich da eine lösung habe einen schönen freitag wir sehen uns wenn du magst morgen zur wochenentlegung wieder ein herzliches willkommen liebe zwillinge wir sind heute bei freitag 10 november 2023 mit sonne und mars weiterhin im skorpion nachdenklich hinterfragend und der merkur ist ab heute in schütze schütze energie kommt dir sehr nahe aber wir müssen ein bisschen aufpassen denn der saturn in den fischen steht nicht gut zum merkur in schützen da ist man misstrauisch oder man hinterfragt alles stellt sich sogar selbst in frage da musst du als zwilling auch besonders aufpassen denn auch der neptun in den fischen beeinflusst dich und macht dich vielleicht auch so ein bisschen schüchterner als sonst dass du dir etwas nicht zutraust oder so wir haben auch noch zwischen dem mars im skorpion und dem rückläufigen uranus im stier ein quadrat bis sonntag wo man vielleicht zu schnell auf etwas reagieren könnte versuche da auch bitte vorsichtig zu sein weil das wort oder was auch immer man tut kann man nicht zurücknehmen es ist auf jeden fall so dass man unüberlegt handeln könnte und wenn du vorgewarnt bist solltest du darauf achten dass das nicht geschieht wir haben natürlich auch unterstützung mit mond und venus in der waage als luftenergie natürlich harmonisieren diplomatisch halte dich an diese energie und versuche eben ja ich sag mal vorsichtig vorzugehen gerade bei entscheidungen auch wenn zum streit gehen sollte oder ähnliches wir haben macht und ohnmacht themen mit pluto im steinbock und da sollte man natürlich dann auch nicht unnötig was riskieren schauen wir uns jetzt an was wir für die zwillinge haben auf dem teppich bleiben das aus der münzen ist stabilität und sicherheit es ist eine solide basis vier der stäbe und es ist der könig der münzen habe ganz viel erdenergie und das bedeutet eben auch dass man bescheiden daher kommen sollte man ist sich der sache sicher aber man muss das ja nicht wie ein schild vor sich her tragen wir haben die acht der kälte gefühlsmäßig kannst du in eine andere richtung driften kann bedeuten pardon dass das für dich vielleicht auch sich erstmal langweilig öde oder so anfühlt aber es tut gut ein bisschen bescheiden zu sein und nicht immer noch mehr zu wollen wenn ich das hier so sehe könnte diese gefühls aufballung vielleicht auch bei dir als zwilling bewirken dass du dich irgendwie loslösen möchtest von etwas oder etwas neues ausprobieren möchtest es kann dich aber von dem was sicher und stabil ist wegbringen hab nicht so viele zweifel und vor allen dingen denkt nicht zu negativ auch über die einge die einfachen sachen die dinge die du als selbstverständlich erachtest dann nochmal den alltag das miteinander und so weiter macht dir bewusst dass auch im alltäglichen im einfachen sehr viel schönes drin ist und sehr viel verlässlichkeit und zuwendung ich glaube es geht darum dass du eben den blick dafür öffnest was dir schon zur verfügung steht und du jetzt momentan zumindest nicht weiter schweifen solltest oder dich dem nächsten widmen solltest zumindest habe ich so intuitiv den eindruck und du sollst das natürlich selbst entscheiden wie weit du in irgendeiner form und sache gehen möchtest du bist halt vorgewarnt und entscheidest das natürlich selbst ich wünsche dir viel erfolg dabei wir sehen uns wenn du magst zur wochenentlegung wieder herzliches willkommen mein lieber krebs wir sind bei freitag 10. november 2023 die sonne und der mars befinden sich weiterhin im skorpion eine dir verwandte energie nämlich auch wasserenergie der merkur ist heute in den schützen gewechselt das ist für dich nichts negatives es ist etwas anderes offener in der kommunikation was wir schon mit venus und dem mond in der waage erlebt haben und das ist nicht schlecht aber dieser merkur steht in konkurrenz sozusagen zum saturn in den fischen kann ein paar zweifel aufbringen aber das wirst du mit deiner intuition wieder wettmachen da gehe ich von aus also ist es wichtig die zur hand zu haben wir haben wie gesagt den mond und die venus in der waage ausgleichende harmonisieren der energie auch gute kommunikation aber ein klein wenig unentschlossen das ist gar nicht so schlecht denn wir haben den rückläufigen uranus im stier in konfrontation mit dem mars im skorpion das heißt man könnte intuitiv nicht intuitiv aber impulsiv handeln man könnte irgendetwas sagen etwas tun sich für etwas entscheiden und das nachher bereuen diese energie geht noch etwa bis sonntag und deswegen solltest auch du als krebs dich mehr auf deine intuition verlassen als auf einen impuls was ist der unterschied die intuition ist dein bauchgefühl dass du spürst bevor überhaupt irgendwas los ist und der impuls ist das was du in dem moment wo etwas geschieht am liebsten tun würdest und ich hoffe deine intuition hält dich in dem moment auch ein stück weit davon ab dass du noch moment zum nachdenken hast ja rückläufiger jupiter und rückläufiger uranus befinden sich im stier und man sollte eben nicht zu rasch handeln oder entscheiden wir haben pluto im steinbock macht und ohnmacht themen können natürlich dabei auch eine rolle spielen die sensitive energie mit saturn und neptun in den fischen ist natürlich dein begleiter aber eben in konfrontation mit dem merkur also entweder kriegst du zum beispiel was gesagt und kriegst das in den falschen hals oder dass du vielleicht irgendwas sagst oder tust was unüberlegt ist also sei einfach vorsichtig du musst jetzt nicht hypermäßig aufpassen aber immer dir einen moment übrig lassen zum nachdenken das wäre so mein tipp wir schauen mal was haben wir für den krebs disziplin durchhalte vermögen unzufriedenheit ja und den mond da ist sehr ja ich denke mal sehr starkes gefühl drin ja da wird etwas aufgerollt oder irgendwas triggert dich zum beispiel und das könnte eskalieren aber nicht weil die sache so schlimm wäre sondern weil das etwas in dir wach rüttelt etwas was hier ich sag jetzt mal frei gelassen wird aus seinem käfig wenn du in einer bestimmten sache vielleicht schon in der vergangenheit erfahrungen gemacht hast die jetzt wieder hochkommen durch irgendein ereignis halte dich ein bisschen zurück bleibe freundlich ja es muss nicht negativ sein ja dass man dann also so heftig reagiert es kann auch so dramatik sein und die solltest du diszipliniert zumindest erstmal beruhigen das ist so mein impuls den ich darin sehe dass du da nicht über reagiert das gilt im übrigen nicht nur für den krebs aber hier geht es halt um gefühle um unzufriedenheiten die vielleicht getriggert werden könnten und deswegen bleibe freundlich und im zweifelsfall entzieh dich der situation das wäre so mein tipp für dich ich wünsche dir viel erfolg dabei gutes gelingen wir sehen uns wenn du magst zur wochenentlegung morgen wieder ein herzliches willkommen mein lieber löwe wir sind heute bei freitag 10 november 20 23 sonne und mars befinden sich weiterhin im skorpion nachdenklich grüblerisch misstrauisch der merkur ist ab heute im schützen gut für dich in der kommunikation aber wir haben eben einen etwas ja ich sag mal im quadrat stehenden saturn dabei der eben auch ein bisschen ja kritisch wirkt man fühlt sich vielleicht schwach verunsichert oder man ist sich nicht sicher was man tun sollte und dann sollte man natürlich auch keine hastigen entscheidungen treffen das wird aber heute begünstigt durch den rückläufigen uranus im stier und dem mars im skorpion und bei dir als feuerzeichen ist das auch besonders wichtig nicht zu impulsiv zu agieren also zorn ausbruch oder wut oder irgendwas in der hinsicht oder auch im affekt lass dir immer auch ein bisschen zeit zu überlegen bevor du eine entscheidung triffst das kann in allen bereichen so sein das betrifft nicht nur dich ist betrifft auch die anderen wir haben natürlich venus und den mond in der waage die wirkt ausgleichend harmonisierend ich hoffe das schwächt das auch ein bisschen ab aber es kann immer mal was passieren wo man das gefühl hat man fliegt aus der hose oder man ist jetzt sauer oder so halte bitte einen moment inne denke drüber nach und trifft keine unvorbereiteten entscheidungen wie gesagt jubiter und uranus im stier sind rückläufig und da kann man vielleicht auch an dinge denken aus der vergangenheit es kann natürlich auch sein dass gerade das irgendeine reaktion hervorruft durch einen trigger denn wir haben saturn und neptun in den fischen einfühlsam empfindsam natürlich ja also man muss das ein bisschen im griff haben oder man sollte das ein bisschen im griff haben ja immer noch die macht und ohnmacht themen mit pluto im steinbock also es kann schon einiges sein was da vielleicht passiert gut überlegt ist halb gewonnen das nur so als tipp was haben wir jetzt für den löwen rückzug vielleicht brauchst du ein bisschen zeit für dich wir haben die entscheidung da ist das genau die entscheidung sollte nicht teils über kopf getroffen werden wir haben auch die neuen der stäbe man ist ausgepowert vielleicht fehlt einfach ein bisschen kraft ein bisschen energie und vielleicht trifft einen jemand auch so auf dem falschen fuße wir haben die vier der kälte man ist unzufrieden vielleicht unglücklich vielleicht ist eine laus über die leber gelaufen und das kann natürlich wenn derjenige das falsche sagt das fast zum überlaufen bringen die fünf der münzen ist die beste lösung es bedeutet sich lieber davon zu entfernen und nicht zu schnell und impulsiv ich das sagte die entscheidung zu treffen man sollte sich selbst überprüfen wie geht es mir ist das jetzt richtig so ein moment nicht lange überlegen sondern erst mal überlegen sollte ich jetzt unbedingt irgendwas entscheiden oder was erwidern je nachdem wie die situation aussieht du stehst vielleicht auch vor einer entscheidung die du nicht wirklich aus dem impuls heraus treffen solltest nimm dir lieber zeit für dich und denke in ruhe darüber nach ja ich wünsche dir auf jeden fall viel erfolg heute wir sehen uns wenn du magst zur wochenentlegung morgen wieder herzliches willkommen liebe jungfrau wir sind bei freitag 10. november 2023 wir haben die sonne und den mars weiterhin im skorpion was dich auch weiter beflügelt der mond ist in der waage die venus ist in der waage ausgleichend harmonisierend auch schön in der kommunikation heute haben wir oder ab heute haben wir auch den merkur im schützen auch nicht unbedingt deine lieblings energie aber du kommst damit zurecht dieser schütze merkur ist aber drangsaliert von saturn in den fischen saturn ist ja eigentlich immer der mit dem erhobenen zeigefinger und diese energie kann verunsichern kann auch so ein bisschen naja sagen wir mal an den festen rütteln so dass man irgendwie irritiert ist du hast ja auch noch den neptun in den fischen der genauso auch die dinge in frage stellt das wichtigste an dieser energie ist lass dich nicht davon tragen bleibe bei dem was sich bewährt hat wir haben als unterstützung rückläufigen jupiter und uranus im stier und wir haben pluto im steinbock erdenergien die dich tragen und daran kannst du dich dann sozusagen festhalten was wir heute noch haben ist wir haben bis sonntag ein quadrat zwischen dem mars und dem uranus mars im skorpion uranus rückläufig im stier und da kann man sehr unüberlegt handeln und das sollte man einfach nicht tun weil man das was man sagt oder tut schlecht wieder zurücknehmen kann ja und das ist schwierig und man sollte da einfach tief durchatmen und lieber nichts tun oder sagen ja wir schauen mal was wir für die jungfrau haben beobachten und lernen natürlich sich auf andere einstellen die situation du willst etwas verändern du möchtest ja etwas hinter dir lassen und du kümmerst dich hoffentlich auch um dein wohlbefinden ja und es kann natürlich sein dass gerade dieser saturn in verbindung mit merkur zweifel sieht vielleicht auch so ein bisschen dein ego sich meldet und sagt ne also ich denke mal du solltest nur auf liebevolle schöne energien und schöne gedanken überhaupt reagieren wenn das möglich ist ja wir haben hier ruhephase gönn dir ein bisschen ruhe entspann dich und versuche gar nicht so sehr irgendwas voranzubringen ja man kann das nicht erzwingen man kann da auch nicht drauf bestehen oder ne ich glaube es geht einfach darum nicht zu vorschnell irgendwas zu machen weil man jetzt möchte dass was passiert oder dass sich was verändert man kann es einfach nicht erzwingen hier ist auch so ein bisschen eher diese ja ich sag jetzt mal beobachtungssituation man möchte das zwar man kümmert sich aber erst mal um sein wohlbefinden um die ruhe um die gedanken dass man die erst mal sortiert und bevor man das nicht getan hat sollte man das sowieso nicht machen diese energie geht noch bis sonntag und da sollte man tatsächlich auch nicht zu hastig vorgehen das lege ich dir mit ans herz du wirst deine ziele trotzdem erreichen aber es ist wichtig nicht irgendwie einem impuls zu folgen in dieser zeit viel erfolg dabei wir sehen uns wenn du magst morgen wieder ein herzliches willkommen liebe vage wir sind heute bei freitag 10 november 2023 die sonne und der mars befinden sich weiterhin im skorpion der merkur ist heute in den schützen gewechselt so auf der einen seite nachdenklich misstrauisch hinterfragen aber auch ehrgeizig und auf der anderen seite gute kommunikation freundschaftlich positiv gestimmt passt sehr gut zu deiner energie der mond ist ebenfalls in der waage und auch die venus sehr schöne energien für dich auch als waage aber du musst ein klein wenig aufpassen denn wir haben zwischen saturn in den fischen und diese merkur im schützen ein quadrat die zwei vertragen sich nicht das bedeutet dass man vielleicht ein bisschen verunsichert ist vielleicht auch seine eigenen ja ziele in frage stellt lass dich bitte davon nicht verunsichern halte dich an das was sich bisher bewährt hat wir haben noch mehr wir haben natürlich pluto im steinbock erdenergie wir haben den rückläufigen jupiter und uranus im stier und dieser uranus steht auch in konfrontation zum mars im skorpion und das ist eben auch eine sehr impuls gesteuerte reaktion bedeutet man kann sehr leicht zornig werden oder frustriert etwas sagen oder tun was man nachher bereuen könnte also sei da bitte einfach achtsam in dem was du tust und wie du es tust also auch in gesprächen und so weiter als waage sollte dir das nicht allzu schwer fallen was kann natürlich sein dass jemand das auf die spitze treibt und dich zu etwas hinreißen lässt das ja vielleicht nicht so gut wäre wenn du diesen impuls verspürst denk an meine worte wir schauen uns an was wir heute für die waage haben der könig der münzen stabilität und sich sicherheit aber auch dankbarkeit und demut für das was man hat da ist die illusion da sind auch hohe erwartungen du hast ja schon mal sicherlich bei mein legum gehört dass auch in verbindung mit der löwe energie da so ein bisschen hohe erwartungen eine rolle spielen vielleicht ist das jetzt auch der fall oder du hast große wünsche ja wir haben den turm der turm sagt ja weniger ist mehr und man soll platz schaffen für neues das heißt aber nicht dass man das alte ich sag jetzt mal wie mit so einer bombe freiräumen muss oder so man sollte da vorsichtig vorgehen liebevoll page der kelche ist liebevolles vorgehen nicht zu schnell zu radikal zum beispiel oder zu heftig ja es kann natürlich sein dass es situationen gibt wo einem die hutsch nur reißt aber man sollte dann eben aufpassen dass man sich damit nicht schadet und das ist eben wichtig und ich denke bei dir ist relevant dass dir vielleicht die erdenergie zu langweilig zu langsam geht oder irgendwas in der hinsicht und du möchtest hindernisse beiseite räumen und das kann eben dazu führen dass man sagt euch sucht den schnellsten weg aber der schnellste weg der einfachste weg ist nicht immer der beste und das solltest du in deinen handlungen jetzt bis sonntag auf jeden fall überlegen und eben nicht zu hastig vorgehen und lieber ein bisschen bedenkzeit und wenn es nur eine minute ist einräumen ja also tief durchatmen und dann noch mal nachdenken und erst dann reagieren das ist mein ratschlag für dich viel erfolg dabei wir sehen uns wenn du magst morgen zur wochenentlegung wieder ein herzliches willkommen mein lieber skorpion wir sind heute bei freitag 10 november 2023 die sonne und der mars sind weiterhin in deinem zeichen der merkur hat den skorpion verlassen erst jetzt im schütz etwas andere energie in der kommunikation es wird optimistischer es hat ja auch schon mit dem mond in der waage und der venus in der waage eine auflockerung gegeben ja du kommst damit zurecht das ist auch okay wir haben nur zwischen diesen merkur und dem saturn in den fischen eine kritische energie und da stellt man noch mehr vieles in frage und du bist ja auch wasserenergie und das kann natürlich deinen missmut oder deinen frust deinen zorn verstärken sei da bitte etwas vorsichtig und wisse dass diese energie bis sonntag anhält genauso wie die energie von der ich gleich noch sprechen werde die einem nämlich schwierigkeiten bereiten kann wir haben jupiter uranus im stier rückläufig dieser uranus im stier rückläufig steht auch in konfrontation zu deinem mars und wenn wir die saturn und und merkur energie sehen kann es dazu führen dass man zum beispiel einen zornes ausbruch haben könnte zu schnell reagiert zu hastig entschieden und schon kann man es nicht mehr rückgängig machen deswegen passt da bitte auf wir haben dann auch pluto im steinbock macht und ohnmacht themen können natürlich auch eine rolle spielen und der nepp tun in den fischen der macht fantasievoll aber auch einfühlsam so es kann natürlich auch sein wir haben ja den uranus rückläufig im stier dass es um etwas aus der vergangenheit geht sehr rückbezüglich die rückläufigkeit und deswegen lass dich nicht triggern von etwas oder jemandem wir schauen mal was wir haben könig der schwerter klarheit und wahrheit sachverständiger fachmann oder fachfrau ist auch wenig gefühlvoll äußerst sachlich veränderung kann bedeuten dass ich kurzfristig irgendwelche änderungen ankündigen jetzt ist anpassungsfähigkeit mit dem rat des schicksals gefordert oder angemessen oder wäre angemessen ja man muss ja erstmal gucken was diese veränderungen bringen was sie beinhalten und was sie bedeuten so wir haben jetzt den herrscher der herrscher ist ein vorgesetzter das kann auch deine energie sein die verantwortung zu übernehmen verantwortung zu tragen aber auch hierfür die anpassungsfähigkeit es liegt also auch an jedem selber wie er mit den dingen umgeht kann mich natürlich direkt wenn irgendeine änderung passiert total aufregend dagegen stemmen oder ich kann jetzt erst mal schauen was ist denn das wie gehe ich damit um hat das auch gute wie negative seiten also du sollst verantwortungsvoll mit diesen veränderungen umgehen und ich nicht direkt echauffieren wenn etwas nicht nach deinem wunsch geht ja und vielleicht ist es auch etwas was du nicht unter kontrolle hast was dich deshalb vielleicht auch ein bisschen wild macht wir haben das jetzt nicht nur für dich sondern auch für alle anderen deswegen ist es auf jeden fall angebracht sehr achtsam mit seinem eigenen verhalten auch umzugehen saturn in den fischen und nicht direkt drauf los zu stürmen also auch nicht direkt raus zu hauen was man gerne sagen möchte vielleicht ich denke dass es darum geht mit dem rat des schicksals und mit dem herrscher die verantwortung dafür auch mit zu tragen dass die dinge möglichst ruhig und gesittet zu gehen ja ich wünsche dir dabei viel erfolg wir sehen uns wenn du magst morgen zur wochenentlegung wieder ein herzliches willkommen mein lieber schütze wir sind bei freitag 10. november 2023 sonne und mars befinden sich weiterhin im skorpion tiefgründig nachdenklich pessimistisch hinterfragend misstrauisch und natürlich mega ehrgeizig wir haben den mond in der waage und wir haben die venus in der waage harmonisierende diplomatische energie auch für dich als schütze sehr angenehm man sollte nur jetzt keine großen entscheidungen treffen ab heute ist auch der merkur in deinem zeichen was ja grundsätzlich auch eine schöne energie ist allerdings steht das in kontrast zu saturn in den fischen die fische energie und die schütze energie vertragen sich nicht so gut und deshalb kann man sich ja verunsichert fühlen man kann so ein bisschen unentschlossen auch daherkommen man kann auch an sich zweifeln ja dazu kommt dann auch noch dass jupiter und uranus sind ja im stier rückläufig der rückläufige uranus auch noch im klin steht mit dem mars im skorpion man kann also heute kurzschluss reaktionen hervorbringen wenn man nicht aufpasst ja man kann zu heftig zu stark oder ja ich sag mal überreagieren dramatisieren oder alles in frage stellen und das sollte man eben nicht tun diese energie ist noch so bis sonntag gültig und deswegen solltest du da auch als schütze sehr achtsam mit deinen reaktionen und mit dem umgang mit anderen ja aufpassen einfach da ein bisschen achtsam sein und nicht einfach alles raushauen was dir gerade so in den kopf kommt was du gerne sagen möchtest vielleicht es kann zorn sein es kann frust sein es kann sein ich mache jetzt irgendwas weil ich was machen will lieber vorsichtig lieber noch mal nachdenken wir haben auch noch blut und steinbock macht und unmacht themen können natürlich auch eine rolle dabei spielen schauen wir uns das jetzt an was wir für den schützen am heutigen freitag haben beziehungen zwischenmenschliche beziehungen nicht nur liebesbeziehungen die arbeit also es hat was mit kollegen zu tun mit dem job der ritter der schwerter eine schnelle hastige unüberlegte energie da haben wir es der saturn und der uranus die klinschen zusammen und vielleicht auch der merkur und der saturn denn wir haben die illusion ja den neptun habe ich noch gar nicht erwähnt man macht sich was vor oder man bekommt was vorgemacht ja also da ist natürlich vorsicht geboten man sollte sich das ruhig anschauen man sollte ganz entspannt an die dinge herangehen und wenn jetzt plötzlich was passiert erstmal schauen was ist das keine zu hastigen entscheidungen und wenn du etwas nicht genau weiß bitte auch nicht vielleicht will man auch mit dem ritter der schwerter und in acht der kelche zu viel auf einmal die sieben der kelche steht auch manchmal für viel zu hohe ansprüche dass man jetzt ganz schnell irgendwas zu sagt weil man denkt das ist die lösung für alles und stellt dann fest ups damit habe ich mir weiß ich was für verpflichtungen eingesammelt sei da bitte sehr bedacht halte dich an die erdenergie prüfe bevor du irgendwas machst und wenn du merkst dass du einem impuls folgen willst jetzt oder nie oder so ja dann halte dich bitte einen moment zurück und denk in ruhe drüber nach das ist die beste möglichkeit damit umzugehen und zwar bis sonntag nichts hastig auch wenn du verunsichert bist gerade dann wenn man verunsichert ist sollte man keine voreiligen entscheidungen treffen und man sollte natürlich auch nicht seinen gefühlen vielleicht dramatisch freien lauf lassen cool down halte dich an das was sich bisher bewährt hat ich wünsche dir viel erfolg dabei und wir sehen uns wenn du magst zur wochenentlegung morgen wieder ein herzliches willkommen mein lieber steinbock wir sind heute bei freitag 10. november 2023 sonne und mars weiterhin im skorpion ehrgeizig strategisch misstrauisch natürlich alles hinterfragend und ja ich sag mal auch sehr einfühlsam der mond ist in der waage und die venus ist in der waage waage energie ist harmonisierend diplomatisch für dich gefühlt immer auch ein bisschen oberflächlich aber es ist auch schön wenn es mal oberflächlich ist ja also man muss da keine tiefschürfende gespräche führen mit dem merkur ab heute im schützen ist das eigentlich auch ganz schön wenn da nicht der saturn mit diesem merkur nicht klar käme saturn prüft ja wie wir mit uns umgehen wie wir die dinge für uns selbst geklärt haben und mit merkur steht er halt nicht in guter verbindung und deswegen kann es unsicherheiten geben man kann alles und jeden und das was man bisher so entschieden hat in frage stellen jetzt hast du pluto im eigenen zeichen kann auch macht und unatheben geben das ist bei jedem was anderes wir haben dann jupiter uranus im stier und dieser uranus im stier steht auch noch im clinch mit mars im skorpion das verleitet dazu dass man eben ganz schnell aus dem handgelenk etwas entscheidet das ist sowieso nicht dein ding als steinbock deswegen solltest du auch heute nicht damit anfangen es ist schwierig und es kann ein impuls sein weil man gewütend ist oder deprimiert oder frustriert oder was auch immer trotzdem sollte man es nicht tun ja wir haben dann immer noch neptun in den fischen auch einfühlungsvermögen und ich denke die vage energie kann das schon den impuls ein wenig bremsen wäre zumindest zu wünschen was haben wir heute für den steinbock geselligkeit gesellschaft der wagen ja der erfolg ist ihr holz mit der krebsenergie nicht ausscheren und verantwortung tragen das ist ja das ding des steinbock sowieso du bist jetzt auch dazu da so ein bisschen ausgleich zu schaffen kann ja auch sein dass das in deinem umfeld passiert denn die energien stehen ja auch für die anderen die stehen ja nicht nur für dich aber für den steinbock ist es so dass das sehr irritierend sein kann und vielleicht sorgst du auch mit einer ich sag jetzt mal netten geste und sorgst du dafür dass alles fair zugeht das wäre zumindest eine schöne aufgabe für dich du bist erfolgreich du hast vielleicht das sagen und du sorgst dafür dass es harmonisch weitergeht oder holst die anderen die vielleicht auch stress haben ein bisschen von der palme runter natürlich kann dich das auch betreffen es kann dich auch sehr nervös machen es kann auch dinge aus der vergangenheit trägern ja mehr schließlich jupiter und uranus rückläufig und vielleicht kommt da irgendwas zum vorschein was du schon lange erledigt glaubt ist und plötzlich ist das wieder thema also geht es auch bei dir darum auf dem boden zu bleiben sich nicht unnötig aufzuregen sondern dem ganzen ein bisschen zeit geben nachzudenken das ist wichtig ich wünsche dir dabei ganz viel erfolg wir sehen uns wenn du magst zur wochenentlegung morgen wieder ein herzliches willkommen mein lieber wassermann wir sind heute bei freitag 10. november 2023 wir haben die sonne und den mars weiterhin im skorpion diese tiefgründige misstrauische nachdenkliche energie die sehr viel ehrgeiz verbreitet der mond ist in der waage und auch die venus ist in der waage schöne energien auch für dich als wassermann weil du bist ja auch ein luftzeichen und ab heute ist auch der merkur im schützen damit kommst du prima zurecht das beflügelt dich noch aber ein bisschen vorsicht ist angebracht denn dieser merkur im schützen verträgt sich nicht so gut mit dem saturn in den fischen so dieser saturn hat ja immer den finger oben und der schütze will halt voran und will die dinge positiv optimistisch angehen also die energie und jetzt geht es darum sich nicht zu verunsichern sich selbst auch nicht ständig zu hinterfragen denn diese energien kommen von saturn auf ja dass man selbst auch irgendwie so ein bisschen hinterfragt das kann ja ab und an mal schon ganz gut sein aber wir haben heute noch eine energie wir haben ja jupiter und uranus im stier rückläufig und dieser uranus im stier steht auch in konflikt zum mars im skorpion da kann man eben aus einer situation heraus sehr schnell sehr heftig reagieren man könnte was sagen was man nicht wieder zurücknehmen kann und das gilt für alle nicht nur für dich also es ist wichtig dass man achtsam vorgeht und das geht noch bis sonntag also auch das wochenende bitte dass man nicht irgendwas raushaut wo man danach auch nachteile davon hat und deswegen ist es so wichtig auch auf die einfühlsamen energien zu achten und zu merken wenn irgendwie stress im raume schwebt ja dabei hilft dir natürlich auch die vage energie aber man muss selbst auch ein stück weit mitmachen wir haben eine solide basis für dich als wasser wir haben das rad des schicksals da ist die anpassungsfähigkeit drin und auch die notwendigkeit sich den gegebenheiten so ein bisschen anzupassen selbstfürsorge dafür steht ja auch unter anderem der saturn aber selbstfürsorge hat ja nichts mit egoismus zu tun ja das wäre jetzt so ein impuls den man zum beispiel haben könnte oder dass man sich ja ich sag jetzt mal selber nicht zu sehr schätzt aber es ist wichtig dass du schaust dass du kein risiko eigentlich ist der ritter der stäbe ist diese spielerische energie wo man vielleicht zu viel riskieren könnte das heißt man sollte natürlich auf sich achten man sollte sich anpassen und man sollte heute sich nicht zu weit aus dem fenster lehnen sondern ich denke mit bescheidenheit was die erdenergie auch darstellt einfach nach vorn gehen und auch an seine gefühle denken spüren was in einem los ist was man machen möchte und vielleicht auch nicht zu hastig und zu ja zu impulsiv eben nach vorn gehen könnte das umschmeißen was man vorher ja sich hart erarbeitet hat also dezent bleiben auch wenn es schwer fällt lieber in einem moment wo du explodieren möchtest einmal tief durchatmen und an meine worte denken und überlegen ist das jetzt gut oder ist das nicht gut ja und erst dann wenn du überlegt hast dinge zu entscheiden ich wünsche dir einen schönen freitag viel erfolg wir sehen uns wenn du magst morgen zur wochenentlegung wieder ein herzliches willkommen liebe fischer wir sind heute bei freitag 10 november 2023 sonne und mars weiterhin im skorpion nachdenklich tiefgründig einfühlsam ja aber eher auch skeptisch misstrauisch nachdenklich und pessimistisch heute ist dann aber der merkur in den schützen gewechselt eine energie mit denen die fische so ihre probleme haben umgekehrt natürlich auch der saturn ist ja der der immer so mit dem erhobenem zeigefinger darauf achtet dass wir das gelernte auch umsetzen mit dem merkur in clinch wird man unsicher man ist irritiert und weiß nicht so recht wo man mit seinen gefühlen hin soll oder wie man das handhaben soll das ist aber noch nicht alles wir haben den mond und die venus in der wagen ausgleichende harmonisierende und kommunikative energie ganz schön aber nicht tiefgründig wir haben pluto im steinbock der dich trägt die autorität verleiht das passt ja so gar nicht zu den unsicherheiten aber trotzdem hat man autorität jupiter und uranus sind rückläufig im stier da kann man zurückblicken aber dieser uranus im stier rückläufig steht im clinch mit dem mars im skorpion also entweder wird man durch eine situation getriggert also dass da irgendwas passiert und man soll sich vielleicht jetzt zwischen tür und angel entscheiden oder aber es ist eine alte verletzung die durch irgendwas wie ich sagte getriggert wird und jetzt wieder hervorkommt jetzt muss man sich natürlich entscheiden ob man da halsstarrig ist und und einfach aggressiv reagiert oder einfach eine entscheidung trifft oder ob man sich ein bisschen im griff hat und überlegt und nicht zu hastig vorgeht das wäre die bessere alternative diese energie hält auch noch bis sonntag ja der neptun in den fischen wird die einfühlsame gefühle auch beibringen oder beziehungsweise intuition aber es kann natürlich sein dass irgendetwas einen verrückt macht oder irritiert frustriert was auch immer versuche da eben auch nicht zu schnell irgendetwas umzusetzen oder dich zu leicht davon wegreißen zu lassen ja also dass du davon irgendwie ja total durch den wind bist wir haben das erst der kelche ein liebe das ist schon mal sehr wichtig der kelch muss voll sein damit man überhaupt liebe geben kann so dann haben wir die informationen die gespräche und wir haben die sieben der stäbe den widerstand kann natürlich sein dass auch im außen irgendwie ein stress tobt oder die dinge die ereignisse sich überschlagen überraschenderweise und dass man da so ein bisschen den kopf verlieren kann in solchen momenten lieber fisch ist es wichtig dass du versuchst bei dir zu bleiben mit dem aus der kelche denn es ist keinem geholfen wenn alle durchdrehen wir haben die sechs der münzen das hatten wir beim steinbock auch sorge für frieden erstmal inneren frieden bei dir schaust dir an du musst dich nicht daran beteiligen solltest du auch nicht du kannst aber vielleicht frieden stiften durch ruhe durch entspannung wir haben auch die vage energie noch also ich denke mal du solltest dich selber nicht so aufwühlen lassen und du solltest auch von deinem umfeld her dich nicht davon mitreißen lassen und dann kannst du vielleicht auch für die anderen und mit den anderen dann für eine ruhigere atmosphäre sorgen also es kann schon recht aufwühlend sein und zwar bis sonntag noch also schön achtsam sein und auf sich achten und nicht zwischen tür und angel entscheiden bitte ja ich wünsche dir einen angenehmen freitag wir sehen uns wenn du magst morgen zur wochenentlegung wieder